so freunde willkommen zur kleinen season 5 beschwörung man kennt es ja krieg ist scheiße also kriege ich jetzt bestimmt ein fünfer deswegen wollen wir das natürlich direkt ausnutzen meine glücksträhne bei den boards zusätzlich haben wir auch einen kleinen neuen freund hier und den werden wir uns zuerst angucken und zwar ist das bastet kleines neues kätzchen ja finde ich ganz süß tatsächlich ob es auch so süß im special ist wenn wir es gleich sehen also es ist erst mal waldläufer klasse das heißt sie ich mache jetzt einfach mal sie ja die katze sie kann natürlich durch bohren also defensiv boni vorbei und so weiter sich darauf zu verlassen dass die klasse rein schlägt ist ja immer so eine sache würde ich jetzt nicht unbedingt so passiv 50 prozent schoss die folgenden aktion auszuführen für ursache 70 schaden bei allen gegnern entfernt die neuesten entfernbaren entfernt den neuesten entfernbaren bonus von allen gegnern okay ja was so eine nette passiv sagt angriff defensiven man sieht defensiven ist schon mal generell ein bisschen höher das heißt das ist eher so ein hild der würde man jetzt davon ausgehen der irgendwas supporter mäßiges macht der jetzt nicht ein reiner angreifer an sich ist und das wäre jetzt erst mal so der erste eindruck wenn du dir die die daten hier anguckst also ein kein hauruki sag ich mal so wie wie sobek oder kufu oder so sondern wirklich einer der dann noch irgendwas macht was schützen soll schnell und geschickt maler geschwindigkeit schnell das schon mal sehr schön ursache 220 schaden bei allen gegnern okay da haben wir schon mal viel schaden passt hiermit erstmal noch nicht so wirklich von den werten her im vergleich alle verbündeten haben eine chance aha da geht es los von plus 45 prozent spezialfähigkeiten für drei züge auszuweichen jedes ausweichen gewährt fünf prozent verteidigungsstapel maximal zehn okay das ist sehr schön mit dem deutsch das wird natürlich also natürlich in der defensive schön wie oft deutschen denn da die helden das kennen wir ja und wenn die dann die ganze zeit deutschen und dann noch so ein verteidigungsstapel kriegen das ist eine nette supporter sache ja da haben wir den support drin ja das denke ich mal relativ schnell aufgedröselt ne also schaden machen das ist gut bei schneller geschwindigkeit 45 prozent dodge das ist mehr jetzt als zum beispiel freya im kostüm und dann dieser stapel dazu das ist eine ganz nette sache dieser stapel noch dazu muss jetzt nicht unbedingt sein aber kann natürlich hilfreich sein mehr braucht man da eigentlich schon gar nicht zu erklären ne ähm wo würde ich den einsetzen das ist jetzt so die frage also titan ne brauchen wir nicht ne da da brauchen wir andere da brauchen wir welche die hier mehr mehr booms haben irgendwas mit steinen machen elementaren defense down attack up und defense down das macht bastet ja alles nicht deswegen brauchen wir sie da nicht äh defensive schwierig würde ich ähm würde ich vielleicht machen wenn man kein xnolfot hat womöglich ja also da wir jetzt bei lila tank sind keiner spielt doppel lila das heißt sie kann nur als tank stehen und dann würde ich aber sagen wenn man xnolfot hat trotzdem xnolfot trotz des dodges weil das ding ist halt man hat halt den unterschied zwischen hier ist es jetzt schaden und dodge der anderen seite ist es heilung und mana ich glaube dieses mana gewinnt immer noch ich glaube dieses mana ist immer noch trumpf auch wenn man jetzt bastet hat ich denke aber sie ist sehr gute alternative zu xnolfot ich weiß ich würde sie wahrscheinlich eher ähm reinstellen als zum beispiel eine hulda weil hulda kannst du easy kontern mit grimble scuddy nicht scuddy kriegt die maden nicht weg aber penjolite grimble äh das sind so gormek gobbler diamanten haupt mal so selbst so vier sterne die können das eigentlich ganz gut machen äh deswegen würde ich tatsächlich sagen hier ist es viel gefährlicher mit dem den den schaden zu kassieren und dann den dodge der natürlich in der defensive gefühlt 70 75 prozent ist wir wissen wie nervig das ist wenn wer schon mal gegen kadilen im kostüm gespielt hat weiß wie nervig das ist oder gegen hanitra oder so ne deswegen denke ich bastet wird xnolfot nicht verdrängen aber ist eine ernstzunehmende alternative für die def für die offensive ja schneller hält der schaden macht bei allen wer wer würde ich schön mit mit meinem panther zusammenspielen ne mit dem dodge den man dann noch hat dodge ist gut wenn die ganzen hellen auslösen sofern man erinnere sich an meinen krieg sofern man den dodger auch ankriegt ja dann ist das natürlich alles eine super sache wenn man den dodger vorher nicht ankriegt ist es natürlich ein problem aber man darf hier man darf hier auch nicht vergessen bastel des lila xnolfot ist lila man nimmt eher nicht so häufig lila mit gegen xnolfot weil xnolfot die steine äh weniger mana wertig macht ja und deswegen hm weiß ich nicht so ähm bietet sich dann an wenn man vielleicht nicht gegen xnolfot spielt oder wenn man einen clean macht oder wenn man halt einfach mutig ist und das dann doch macht trotzdem einfach so also definitiv gut und auch definitiv ähm sowohl defensiv als offensiv zu gebrauchen ist schon nicht schlecht schon ganz gut so und die anderen vorgestellten sind auch interessant ja kepri kennen wir schon der scarabeus habe ich schon von vielen gehört das ballert ordentlich also das wäre auch ganz nice das ist natürlich auch lila ja und äh eine zweite el nadaha würde ich tatsächlich auch nehmen weil ich habe ja auch jetzt ein almur gebraked ja dann el nadaha dazu wäre schon nicht schlecht also wir haben zwei die alle vorgestellten die da sind sind gut aber ich bin ganz ehrlich weißt du wen ich eigentlich wenn ich mir einen aussuchen dürfte ja dann würde ich tatsächlich kufu nehmen weil kufu ohne spaß wenn ich gegen kufu spiele und kufu löst aus dann bin ich tot die die noch überleben haben dann den sandschaden und sind innerhalb von zwei runden tot oder in der nächsten du die auto attacks ja das heißt ähm das ist einer den würde ich auch direkt leveln und auch breaken ähm dass es ein held der eigentlich genervt werden sollte ich 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 halte mich ja immer zurück was nerfs angeht und und buffs und was auch immer ja aber kufu kufu ist zu stark wirklich kufu ist zu stark da macht selbst das langsame es nicht mehr haut es nicht mehr raus ja also das sind so die vier die man jetzt hier sieht spiel merkt ihr da diese vier und dann gucken wir einfach mal nicht nicht wukong der war vier nicht vier sterne diese vier helden nicht vier sterne aber jetzt gibt es aber wir sind wenigstens bei season 5 fast ist ja jetzt auch nicht gerade so der schlechteste ne so lange wir bei season 5 bleiben ist es ja noch in ordnung will nur keine season 1 halten nein ah danke das ist ja die falsche season nein nicht nicht wukong nicht nicht wukong season 5 5 sterne das sind insgesamt 10 sterne die du mir geben müsstest 5 für die season 5 für den helden ja nein ja rot war ja gut und tahir nehme ich auch also hau mal raus komm rot ist die farbe da ist er nein kelile nicht nicht kelile ah lila ist ja auch in ordnung lila und rot das sind die farben die ich brauche lila und rot ja nein nein im wahrsten sinne des wortes ne weil der monat zählt ja auch rot ist das heißt lila und nein nicht gelb nein nein lila und rot kein kein magni lila oder rot nein nein du verstehst es nicht verstehst es einfach nicht nein 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 nicht season 1 4 sterne gelb das ist völlig falsch also noch falscher geht es gar nicht lila ja 5 sterne lila äh season 5 lila ist ja in ordnung aber da fehlt ach grün ok ok das war die letzte Münze ich bin fertig ich bin fertig 15 beschwörungen 2 5er yippie jay also ähm weißt du Bescheid schlechte beschissene Kriegsbrot da siehst du doch mal guck mal guck mal ja ein Schelm wer Böses denkt das Spiel will wieder was gut machen das hat gemerkt Krieg da gönnen wir nicht aber dafür gönnen wir wieder bei Beschwörungen weil die aufgenommen werden und dann sehen die anderen dass das funktioniert ja und jetzt rennen alle los die schlechte Kriegspots hatten und äh beschwören ah je dieses Spiel ohne Witz also dieses Spiel es gibt und es nimmt ne ach also das ist Wahnsinn es ist wirklich also ne hier die gehen wir mal zum Prof dieses Spiel ist also wenn dieses Spiel nicht einfach deinen Kopf bummst und dich psychisch fertig macht dann weiß ich auch nicht dann sind schon irgendwelche Synapsen vorher völlig abgestumpft wenn dich dieses Spiel so kalt lässt dass sich das nicht mehr triggert so willkommen Magni wir sehen uns Ende des Monats zum Soul Exchange wieder ja und ähm willkommen El Nada schön dass sie den Weg zu uns gefunden haben ma'am ja was soll ich was soll ich sagen ich kann es ja es ist ja so selbst wenn ich es ähm schlecht reden würde geht ja nicht das Spiel ist halt einfach kacke also es ist wirklich es gibt auf der einen Seite und auf der anderen Seite nimmt es wieder ähm ich weiß nicht was ich da was ich da machen soll aber so ist es ich würde jetzt auch erstmal sagen das war es wieder mit Season 5 erstmal für diesen Monat oder für dieses Portal ich glaube Ende des Monats kommt es ja schon wieder ähm weil ich hebe die Juwelen und so für das äh Challenge Festival jetzt auf ich hab ja was gekriegt also naja ja bin ich ja erstmal durch ach nein äh ich seh schon wieder die Kommentare ich seh sie schon wieder ich seh schon wieder die Kommentare ei 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 aber was soll ich machen ich bin beschwörungsmäßig ein Glückspilz wortmäßig ähm aktuell nicht kann ich alles haben ja das ist halt so ich glaube ich müsste mal gucken wenn ich an den an den Tagen wo ich die Kriege 6 von 6 gemacht habe oder 5 von 6 oder sowas wo ich gute Kriege hatte und danach beschworen habe ob das auch gut war wenn nicht könnte ja könnte man ja ein Schema dahinten vermuten ne ah je lieber ich guck lieber nicht ganz ehrlich sonst äh geht es noch zu weit in die Verschwörungstheorien so dann sind wir mal gespannt ähm ich werde mich jetzt um das äh Turnier kümmern dann äh sehen wir mal wohin das so führt es kann sein dass die Beschwörungen erst nach dem Turnier sind also dass das Turnier schon war das weiß ich noch nicht aber ähm ja wir werden das sehen ok dann Freunde vielen Dank fürs Zuschauen macht's gut ciao 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 Untertitelung des ZDF, 2020